Tag allerseits, Markus Krafke mein Name. Ja, Herr Krafke, ich möchte euch einladen, zu drei Jahre zurück zu den Wurzeln. Es werden einige Leute dort aufheben, unter anderem Siegert Aldi, Demi und Zähmen und meine Wenigkeit, es gibt eine Schauanlage von La Robinia und etliche weitere Überraschungen, unter anderem auch eine eiskalte. Seid gespannt, kommt um 13. Dezember, Berlin, Loftusort!